Hallo Freunde, was geht? Ich bin's wieder bei der Flohepä. Willkommen zum fünften Tag. Erst wieder Frühstück. Auf den Stand. Heute wieder Brötchen mit Frühstück-Ei und Weintraub. Heute hat sich gerade eine Weintraube geschnappt und hat gesagt, es gibt Dauer. Wir wollen heute zum Dreiländereck, dann später erstmal zur Touristen-Information. Dann zum Dreiländereck und dann lassen wir das mal hier auf. Es gibt auch schon wieder mehr Frühstück, weil es gibt auch schon mehr Leute, die kommen. Also ich wünsche mir einen guten Morgen hier. Ich gehe erstmal kurz auf hier und der ist von sich spieler. Jetzt sitzen wir hier, stehen am Bootseck, haben jetzt hier der Schiff. Machen wir jetzt eine Dreiländereckfahrt. Schweiz, Österreich und Deutschland. Mal gucken, wie der ist der wird. Schein mehr Platz. Viel mehr Platz, ganz gut. Hallo. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch. Und mein Vater sagt, dass wir weggehen. Ja, ich vlog hier gerade. Sie sind unmöglich hier. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein in das Schiff. Wir fahren zum Dreiländereck. Mal gucken, was wir so filmen können. Und ja. Ich will nur sehen, dass mir Geld kommt. Bau ein Schiff und fliegt zum Mond. Bitte sprechen auf die Mailbox. Es wird als Pader wird zu Sonntag. Ich bin ja da, sitzen wir hier, essen wieder Eis für jeden Tag. Ich gönne mal ein Eiscafé. Mein Vater hat seine Likör wieder, der ist glücklich. Und ja, wir haben gerade eine Rundtour gemacht beim Dreiländereck. Österreich, Deutschland und Schweiz. Und ja. Jetzt gönne ich mir meinen Eiscafé. Mit Vanille-Eis. Ja, das wäre hier fast die Gaststätte von meinem Vater. Da ist das mit dem Schreier. Da fehlt das B. Also von mir auch. Da fehlt das B. Schreier. Da müssen wir das B entsetzen. Aber das ist wie unsere Gaststätte. Ja, hier ist mein Eis jetzt hier auf. Oder wir trinken Kaffee. Und dann mal gucken, was ich später so machen. Ja, da sitzen wir hier. Und essen Mittag. Schnitzel mit Kartoffeln. Und der große Radler. Und die fliegt gerade gemäßliche Biene rum. Ja, wir waren gerade noch ein bisschen hin da rumlatschen. Habt ihr ja gesehen. Und um 14, 15 fährt dann unser Schiff zu diesem Drei-Länder-Eck. Da fahren wir dann wieder hin. Und ja. Ich esse mal ein Essen jetzt hier auf. Auf Wiedersehen. Weil hier mehr man schon mal essen. Das schmeckt nicht so wie der Döner. Und ist komplett versalzen. Hab ich euch gestern schon erzählt. Und ja. Jetzt sind wir jetzt hier. Flatscreens, neue Sneaker und noch mehr Gold. Habibi, ich bin viel zu stoned. Komm lass noch ein Rollen rollen. So viel Bündel in der Tasche. Habibi, ich bin viel zu stoned. Komm lass noch ein Rollen rollen rollen. So viel Bündel in der Tasche. Ich will nur sehen, dass mehr Geld kommt. Ey. Bau ein Jippe, flieg zum Mund. Bündel sprechen auf die Mailbox. Ey. Zähl das Pader, bin zu stoned. Ich will nur sehen, dass mehr Geld kommt. Ey. Bau ein Jippe, flieg zum Mund. Bündel sprechen auf die Mailbox. Ey. Zähl das Pader, bin zu stoned. Ich bin der Kolumbus. Ich bin der Kolumbus. Ich bin der Kolumbus. Ich bin wieder aufgestanden. Ich bin der Kolumbus. Seid ihr grüßt, Lüthau. Neunzehn. Ah, was ist denn so warm? Also da jetzt essen wir hier Abendbrot für einen Schweine Spätzle mit einem großen Radler. Kennt man ja, man fährt Leberkäse, man muss da ebenfalls, freigleiche Gericht. Ich esse es jetzt auf, man fährt ja gerade noch gestreamt, mitten in der Rebsorption. Die haben das als übelst gefeiert an der Rebsorption, meint so, die haben super gemacht. Hat ja neue Fans. Und ja, ich esse es jetzt auf und dann sieht man sich später wieder gucken. Und jetzt erst mal hier auf, mal gucken, wie das schmeckt. Denkt man gut. Und ja, super, gute, auch gut, wie man jetzt isst. Und ich soll noch jemanden grüßen, die hätten mir in die Kommentare geschrieben. Ich grüße ihn raus an Prime, Luca und wünsche einen guten Tag. So, heute ist der Jungterberger hier. Auf alle Fälle gehe ich jetzt ins Bett. Ich wünsche allen gute Nacht, Leute, schlafe alle gut. Wir sehen uns morgen wieder zum sechsten Tag. Und morgen wollen wir mit dem Auto wahrscheinlich nach Konstanz fahren. Keine Ahnung, was wir in der Stadt tun und machen. Da kommt Herr Jochenflung ins Zimmer. Ja, auf alle Fälle, geh ich jetzt ins Bett. Und grüße ich jetzt mit dem Bad hier. Und, äh, ja, morgen geht's dann auf Konstanz. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So, auf alle Fälle, ähm, geh jetzt ins Bett. Nacht und los. Oh, shit. Geh mich jetzt, geh mich jetzt duschen. Oh, ist rein. Geh mich jetzt duschen. Geh mich jetzt duschen. So, ich wünsche allen gute Nacht und jetzt auch Pengen. Wir sehen uns morgen wieder ein alter Frühstück beim Frühstück wieder. Beim Kiwi Brötchen essen. Habt ihr auch ein freier Putz, sitzt ihr noch seine Zähnchen. Und, äh... Und, äh... So, ich wünsche allen guten Nacht und euer Schlafen gut. Haut rein und, äh...